Am 5. November steht die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika an und man kommt aktuell nicht dran vorbei, die Ereignisse überschlagen sich. Joe Bidens fehlerhafte Fernsehauftritte, die Covid-Infektion und letztlich sein Rückzug trotz überaus erfolgreicher Amtszeit. Jetzt kämpft Kamala Harris als Demokratin gegen Donald Trump. Und weiterhin ist die USA gespalten und zerstritten. Wir haben alle das Attentat auf Donald Trump gesehen, diesen Streifschuss und er wäre bei tödlicher Folge der Auftakt eines Bürgerkriegs gewesen. So die Meinung vieler Expertinnen. Mit Civil War gab es auch in diesem Jahr schon einen Film, der einem hypothetischen amerikanischen Bürgerkrieg ein Gesicht gab. Jetzt folgt mit Twisters ein Katastrophenstreifen, der Lose an den Blockbuster aus 1996 anknüpft. Wie kann dieser augenscheinlich plumpe Katastrophenfilm über Tornados ein Fingerzeig auf die US-Wahl sein? Inwiefern zeichnet er ein aktuelles Bild zweier gespaltener Lager in den USA? Und was hat das Ganze mit Windeln zu tun? Das besprechen wir in unserer aktuellen Filmbesprechung von Kogitamus. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist André. Ihr hört Kogitamus, den Podcast für Philosophie, Gesellschaft und Film. Ehe wir gleich rein starten. Ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Wir sind ein kleiner privater Podcast. Wir werden nicht unterstützt von irgendwelchen großen Medienhäusern. Ihr dürft uns aber gerne unterstützen, indem ihr ein Abonnement bei YouTube hinterlasst oder bei jeder gängigen Podcast Plattform. Ihr dürft uns auch finanziell unterstützen. Ihr dürft uns gerne eine Spende bei Paypal zukommen lassen und wir können damit zumindest unsere Fixkosten für den Podcast Host kompensieren. Wir reden also über den Katastrophenfilm Twisters. Er ist ein sogenanntes Requel. Ja, was ist das denn genau? Eine Kombination aus Sequel und Reboot. Also sozusagen eine scheinhafte Fortsetzung, aber das in einem neuen Anstrich mit einer Art Neubeginn. So ähnlich hat es sich schon verhalten mit Jurassic World. Und ein Schelm, wer dabei jetzt an eine böse Absicht denkt. Denn sowohl bei Jurassic World als auch jetzt bei dem neuen Streifen Twisters handelt es sich um die gleiche Produzentenriegel. Hier wird also versucht, die großen Blockbuster-Erfolge der 1990er Jahre mitzunehmen in eine neue Zeit. Und zu versuchen mit neuer Tricktechnik und neuen Inszenierungstechniken hier eben diesen Film nochmal neu aufzubahren, nochmal neu zu gestalten. Und dabei wird sich aber eigentlich nicht wirklich auf den Ursprungsfilm bezogen. Es wird lediglich der Name eigentlich und das Grundthema herangezogen. Worum geht es denn hier bei Twisters? Wir haben es relativ schnell erklärt. Denn es geht eigentlich nur um diese beiden Hauptrollen und die sind überaus wichtig auch für die politische Interpretation. Unsere Protagonistin ist die junge Wissenschaftlerin namens Kate, die in jungen Jahren bei einer Tornado-Untersuchung ihren Freund verliert. Später arbeitet sie dann an der Ostküste in New York, wird jedoch wieder in ihre Leidenschaft in die Tornados gezogen, als ein neues Forschungsprojekt ansteht. Sie wird sehr solide gespielt von Daisy Edgar-Jones. Unsere zweite wichtige Hauptfigur ist zunächst Antagonist, aber später dann Verbündeter. Wir reden hier von einem YouTube-Star namens Tyler, der porträtiert wird von Glenn Powell. Glenn Powell wird auch als neuer Star, als neuer Stern am Hollywood-Himmel aufgebaut. Vor zwei Jahren war er schon in Top Gun 2 zu sehen, der ja als erster richtiger Blockbuster in der Post-Corona-Zeit nach der Pandemie richtig einschlugt. Und jetzt ist Glenn Powell auch aktuell noch zu sehen in Hitman von Richard Linklater. Er spielt also momentan in zwei großen Blockbuster-Filmen mit und das gleichzeitig. Und vor allem auch nicht nur wegen seiner Rolle in Top Gun werden schon Vergleiche mit Tom Cruise versucht. Denn Glenn Powell wird wirklich neu aufgebaut, als neuer Star. Wir werden mal beobachten in den nächsten Jahren, ob er sich wirklich so entwickeln kann, wie die damaligen Topstars wie Brad Pitt oder eben Tom Cruise, der ja heutzutage immer noch einer eigentlich so mit der letzten großen Fernseh- und Filmstars ist. Glenn Powell ist auf jeden Fall eine spannende Filmpersönlichkeit, von der wir noch viel hören und sehen werden. Eine spannende Filmpersönlichkeit und spannend ist eigentlich auch Twisters. Wenngleich natürlich im Blockbuster-Outfit, ja. Natürlich gibt es ein Übermaß an Action und Effekten. Es gibt natürlich durchwachsene Schauspielleistungen und einen Lastwagen voller Logiklöcher. Nur ein kurzes Beispiel. Da wird ein ganz leichtes quasi 3D-Fotografie-Instrument in der Nähe eines Tornados aufgestellt und dann sind eine Minute später alle überrascht, dass dieses leichte Instrument natürlich wegfliegt und vom Tornado natürlich mitgerissen wird. Merkwürdigerweise fängt der Tornado, sobald er einem Menschen einsaugt, an wie ein wildes Tier, wie ein Bär, zu grummeln. Das sind alles so amüsante Aspekte hier. Amüsant ist auch die Tatsache, dass ähnlich oft wie die Tornados umherfliegen, denn wir sehen hier wirklich sehr, sehr viele Tornados. Das ist teilweise auch wirklich etwas ermüdend. In ähnlicher Häufigkeit tritt auch Glenn Powell ins Bild. Es ist teilweise schon ein Running-Gag, wenn er ständig aus dem Nichts auftaucht, seinen Cowboy-Hut runterzieht und die Hände in seine Hüften stützt. Wir sehen dieses Bild ständig im Film. Es sind sehr wenige einprägsame Bilder dabei und ziemlich viele Bilder sind sehr klischeehaft. Dabei symbolisiert aber Glenn Powell vor allem eine Welt, die uns europäischen Menschen eher fremd ist. Dieses rurale, ländliche Amerika mit Rodeo-Reiten und irgendwie auch von System und Gesellschaft abgehängten Menschen, die dann aber auch noch durch Tornados ihre Heimat verlieren. Vertrauter und medial häufiger transportiert sind uns ja eher die Geschehnisse aus den Küstenregionen. Einerseits der Ostküste bei New York und andererseits der Westküste, Kalifornien, L.A. und San Francisco. Und dass sich die USA popkulturell und weltpolitisch an diesen beiden Rändern abspielt, ist wahrlich kein Geheimnis. Interessant ist dann aber, wie dieser Film das darstellt. Denn insbesondere im Gegensatz zu Kate, die ja aus New York kommt, die großstädtisch daher spaziert, die akademisch geprägt ist, die eine Wissenschaftlerin ist, sehen wir eben Glenn Powell als diesen klassischen Cowboy. Ja, und es zeigt sich auch dieses Spannungsfeld in ihrer Arbeit. Denn während Kate durch wirklich Wissenschaft ihren Ambitionen hinterherjagt, macht Tyler, also Glenn Powell, das aus Gründen der Vermarktung. Ja, hier präsentiert uns Twisters eben nicht nur die Unterschiede im Menschenschlag. Ja, hier prallen nicht nur die Welten aufeinander, von denen wir auch in den Medien so oft hören. Die Küstenregionen und alles, was in den USA überflogen wird. Dieses riesige, ländliche, wilde Gebiet. Sondern es geht auch um den Unterschied zwischen den Motiven für Arbeit. Kate strebt eben nach Wissenschaft und Tyler jagt auch den Tornados hinterher, aber das eben für YouTube, für digitale Medien, für soziale Medien. Er ist eine Art Influencer, hat aber zumindest sein Herz am rechten Flick. Und dort macht seine ganze Gang den Eindruck, sich nicht für die Wahrheit zu interessieren, sondern eher für die Alternative, teilweise dann eben auch für Fake News. Und natürlich erfolgt diese Einordnung im Rahmen eines Blockbusters sehr trivial und sehr plump. Und auch das ist dann natürlich Ausdruck unserer Zeit, Ausdruck einer oberflächlichen Gesellschaft und auch Ausdruck des Typus Blockbuster-Film. Aber andererseits werden hier schon interessante Ausgangslagen präsentiert von dem Film und hier prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Schauen wir uns den Drehort an. Überwiegend folgen wir der Handlung in Oklahoma. Und das wird jetzt sehr, sehr wichtig. Wir haben eben schon die beiden Welten angesprochen und das Ganze formiert sich jetzt unter dem Brennglas Oklahoma. Bisher haben wir noch gar nicht die US-Wahl angesprochen und die politischen Implikationen. Aber wenn wir über Oklahoma sprechen, dann kommen die relativ schnell zum Tragen. Oklahoma ist ein relativ kleiner Staat. Er liegt ziemlich zentral in den USA, direkt nördlich von Texas. Also ein Staat, auch ähnlich wie Texas, geprägt vom romantischen Bild von Cowboys und staubig-erdiger Umgebung. Ist aber auch die Hochburg der Republikaner. Sehr, sehr konservativ. Hier wurde das Erbe der alten Südstaaten von den politisch Rechten übernommen. Schauen wir auf die Wahlergebnisse der letzten Jahre. Da wurden mit über 65% immer die republikanischen Kandidaten, die republikanische Partei gewählt. Und gerade mal ein Drittel ist demokratisch geprägt. Seit 1962, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wurde ausschließlich der republikanische Kandidat auserwählt. Wurde ihm ausschließlich die Vorzugsstimme gegeben. Seit 1962, also quasi schon fast immer in der modernen Zeit. Schauen wir auch noch auf ein paar Inhalte. In Oklahoma gibt es die Todesstrafe. Bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland, in Österreich ist das unvorstellbar. Und sie wird auch ausgeführt. Schließlich ist Oklahoma der Staat mit den zweitmeisten Todesstrafen pro Jahr. Wird nur noch überboten von eben Texas. Und ganz wichtig ist auch, seit 2022 gilt in Oklahoma das Abtreibungsverbot. Gut, Abtreibungen ab der fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche. Und auch das müssen wir uns wieder auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich merken Frauen erst nach drei, vier Wochen, dass sie wirklich schwanger sind und machen dann auch erst einen Test. Dann haben sie in Oklahoma noch eine Woche Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie eine Abtreibung vornehmen oder nicht. Außerdem herrscht dann auch noch die Bedingung, dass man dann nur abtreiben darf, eben ab der fünften Schwangerschaftswoche, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, also wenn wirklich es hier um Leben oder Tod geht. Und wenn man das nicht macht, also wenn man später abtreibt oder aus anderen Gründen, oder wenn man da irgendwie versucht mit anderen Mitteln das Kind loszuwerden, dann kann man für zehn Jahre ins Gefängnis gehen oder 100.000 US-Dollar Strafe erhalten. Kurzum, Oklahoma ist krass. Oklahoma ist sehr rechts und hält von aufklärerischen Fortschritten nicht viel. Und gerade das Thema Abtreibung ist natürlich hier äußerst pikant, weil ja unsere neue demokratische Kandidatin Kamala Harris als Vorreiterin im Kampf um Abtreibungsrechte agiert. Heißt, wir haben hier Oklahoma als einer der republikanischsten Orte der ganzen USA. Und wir haben eben diesen klassischen Oklahoma-Dude. Wir haben Glenn Powell als Cowboy, der eben hier im Prinzip diese ländliche Welt, diese konservative Welt symbolisieren soll. Und wir haben Kate im Gegensatz dazu, die eben die Großstadt von den Küstengebieten präsentiert. Also eigentlich haben wir es hier mit dem klassischen politischen Kampf und deshalb passt auch der Film so gut, jetzt vier Monate vor der US-Wahl zwischen republikanischer und demokratischer Partei zu tun. In diesem Ort Oklahoma setzt nun also Regisseur Lee Isaac Chung nun seine Protagonistinnen. Lee Isaac Chung kennen wir aus dem kleinen Indie-Film Minari. Und wir sehen hier auch ein bisschen die Handschrift. Denn wir werden es gleich merken, dass er keinen ganz klassischen, stumpfen Blockbuster dreht. Das klang bisher zwar anders, aber im Prinzip wandelt sich der Film in der zweiten Filmhälfte ein bisschen und geht dann doch noch ein bisschen klarer auf die Charaktere ein. Im Prinzip ist also dieser Handlungsort schon spannend an sich. Mit all den Aspekten, die ich gerade genannt habe. Abtreibung und Todesstrafe. Und eigentlich könnten wir jetzt eben denken, dass es, weil eben diese beiden Welten, Kate und Tyler aufeinandertreffen, zu einem Wettstreit kommt. Und das scheint auch erst so. Am Anfang gibt es doch so ein kleines Wettrennen. Wer ist als erstes an dem richtigen Tornado-Ort? Oder wer fährt zu einer falschen Regenzelle, die dann wieder zusammenbricht und wo dann eben kein Tornado entsteht? Und es scheint am Anfang so. Also hier treffen Menschen, Städte, Politiken und Welten aufeinander. Und das wäre auch eine große Chance gewesen, wenn man diesen Spagat weiter ausgeführt hätte und hier vielleicht auch ein bisschen eine Debatte mit hinzugefügt hätte. Doch, so kommt das nicht. In der zweiten Filmhälfte, wie eben schon angesprochen, da verbünden sich am Ende alle. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits wirkt Twisters versöhnlich. Und das ist insbesondere im Angesicht des Attentats und des Kapitolsturms vor vier Jahren und dem, was ja auch Donald Trump nach dem Attentat gesagt hat, ist das erstmal eigentlich nichts Schlechtes. Ja, dass beide Welten miteinander verbunden werden, dass republikanische Leute, ländliche Leute und demokratische, großstädtische Leute miteinander wieder ins Gespräch kommen und die USA wieder vereinigt wird. Andererseits wandelt sich eben vor allem die Figur des Tyler. Aus dem Cowboy wird am Ende dann auch ein Wissenschaftler. Aufgelöst ist dann also auf einmal dieser Gegensatz. Und plötzlich stehen Kate und Tyler beide auf einer Seite und damit ist auch die Chance vorbei, sich wirklich mit den Figuren auseinanderzusetzen. Zumindest funktioniert dann für einen Blockbuster die Figurenzeichnung damit ein bisschen abwechslungsreicher als erwartet, denn üblicherweise passiert den Blockbustern ja gar keine Figurenentwicklung und hier haben wir zumindest bei Tyler und Kate eine kleine Veränderung ihrer Persönlichkeit und das ist zumindest halbwegs interessant. Vor allem aber entzieht sich Twisters damit einem wirklichen Diskurs und das bei dieser anfangs eigentlich spannenden Ausgangslage. Da spielt dann eben nicht nur Oklahoma als lediglich romantisierter Ort eine Rolle, da ist die Welt noch in Ordnung, zumindest bis die Tornados alles zerstören. Die wichtige Rolle spielen aber dann eben doch die Tornados und die sind auch eigentlich der Kern des Films. Nur die Tatsache, dass die Klimakrise dafür verantwortlich sein könnte, spielt hier wiederum keine Rolle. Alles wird auf das Individuum abgeladen. Und das ist vor allem dann auch spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass Oklahoma ja einen republikanischen Präsidenten wählen möchte, eben Donald Trump, der die Klimakrise kleinredet. Er hat sich schon so spöttisch über die verschärfende Klimakrise geäußert, indem er zum Beispiel sagt, ja, wir werden ein bisschen mehr Grundstücke am Strand haben, was aber auch nicht das schlechteste der Welt ist. Das sagte er mal bei einem Wahlkampfauftritt in Alaska. Oder auch, ich habe gehört, dass die Ozeane in den nächsten 300 Jahren um ein Achtel ansteigen werden. Wir haben größere Probleme als das. Im Gegensatz dazu verfolgte Kamala Harris schon als Staatsanwältin Klimasünder und hat sich auch für das große Investitionspaket stark gemacht. Das Spannende dabei ist eben, dass dieser Ort Oklahoma mit dieser klar republikanisch roten Einfärbung hier dann im Endeffekt vor allem auch bei der Klimakrise und auch bei all den anderen Themen keine Rolle spielt. Stattdessen verherrlicht der Film sogar das Rodeoreiten. Ja, da treffen sich Tyler und Kate und dann schauen sie auf dieses Rodeoreiten und im Gegensatz dazu, dass man vielleicht den Umgang mit Tieren auch mit der Klimakrise in Verbindung setzen könnte und dass die Klimakrise dann letztlich ja auch verantwortlich ist für die steigende Häufigkeit, für die steigende Zahl an Tornados und an die größere Schadenswut und die größeren Schäden, die die Tornados ja auch bewirken. Nein, das kommt hier natürlich nicht vor. Das wird auch nicht angesprochen, auch nicht im Hinblick auf die politischen Geschehnisse. Nein, es wird einfach verherrlicht. Nur am Rande kommt eben ein bisschen das Leid zum Tragen, welches durch die Tornados verursacht wird, aber eben nur am Rande. Auch hier bleibt der Film seltsam unentschlossen und trotzdem ist er der Film für den US-Wahlkampf. Er präsentiert uns eben diese beiden Welten, er spielt eben mit dem Thema der Klimakrise und da werden auch Sachen angesprochen wie Trockenheit, wie sich abschwächende Agrarwirtschaft, wie das Grundwasser, das immer weniger zur Verfügung steht. Aber der Film bleibt seltsam unentschlossen. Was können wir daraus lernen? Ja, wir haben eine spannende Ausgangssituation und da ist auch das Drehbuch gar nicht so schlecht, indem uns eben diese beiden Figuren so dargestellt werden. Da prallen eben die Welten aufeinander und das Ganze vier Monate vor der US-Wahl. Dann spielt der Film auch noch in Oklahoma und dann streift er auch noch das Thema der Klimakrise. Also es geht wirklich schlechter, um einen interessanten Film zu drehen. Eine Vielzahl aktueller Themen wird hier aufgegriffen, aber eben nicht konsequent verhandelt. Da werden Gegensätze in Luft aufgelöst. Oklahoma spielt eigentlich fast gar keine Rolle und das ist vor allem schade im Hinblick auf die Wahl des republikanischen Kandidaten, der eben die Klimakrise nicht ernst nimmt. Dann treffen sich die Welten von Wissenschaft und Social Media und verbünden sich am Ende, was zumindest für Versöhnung sorgt, aber auch wieder das Potenzial für Diskurse nimmt. Stattdessen könnten solche Filme Themen und politische Inhalte verhandeln. Und ja, das kann sogar auch ein Blockbuster tun. Dafür reichen schon kleine Nebensätze. Dafür muss man gar nicht ein politisches Gespräch über eine Viertelstunde zeigen. Das muss man gar nicht. Dafür reichen schon Nebensätze. Die meisten Botschaften gelingen sowieso unterbewusst. Und dem hätte sich Twisters hier auch wirklich nicht entziehen können. Wenn es schon in Oklahoma spielt, wenn es schon den Gegensatz zwischen Stadt und Land aufmacht, kann man sich dem auch stellen. Anstelle dessen versucht Twisters einen Konsens zu finden, versucht mehrheitsfähig zu sein und das kann man ihm nicht ankreiden. Will er doch natürlich Übergewinne einfahren, aber man kann das ja wohl bemängeln, dass er eben die klimatischen Phänomene als Thema hat und ziemlich ignorant keinerlei Verbindungen zur Politik und zur systemisch bedingten Klimakrise macht. Das eine geht irgendwie ohne das andere nicht, zumal er dann auch noch negativerweise einige Punkte sogar verherrlicht. Schauen wir noch kurz auf das Ende. Kleine Spoiler-Warnung für diejenigen, die den Film noch sehen wollen, aber ihr könnt euch den Spoiler auch so anhören, auch wenn ihr den Film sehen werdet. Ihr werdet sowieso nicht super überrascht sein, so spannend ist der Film auch nicht. Am Ende verbünden sich dann die beiden Parteien, das habt ihr schon erwähnt, und versuchen gemeinsam die Lage zu beherrschen. Versuchen also gemeinsam die Tornados auch in Lüft aufzulösen. So wie der Film die Gegensätze auflöst, versuchen sie den Tornado aufzulösen. Und auch das kann natürlich optimistisch gelesen werden, als Einigkeit der ganzen USA. Was machen sie denn da konkret? Da versuchen jetzt, Tyler und Kate den Tornado abzuschwächen. Und das machen sie mit Natrium-Polyacrylat. Das sind sogenannte Superabsorber. So werden Kunststoffe genannt, die in der Lage sind, ein Vielfaches ihres Eigengewichtes an Flüssigkeiten aufzusaugen. Und wir kennen das aus Babywindeln, Damenbinden oder Verbandmaterial. Das heißt, auch das können wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die beiden versuchen ja also, mit großen Kanistern voller weißem Granulat, das wir in Babywindeln finden, einen Tornado aufzulösen. Und das Spannende dabei ist, das wird auch in der Realität tatsächlich so erforscht, nur braucht es dafür viel, 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 viel mehr, wirklich Tonnen an diesem Material. Und dann dauert das auch nicht nur wenige Sekunden, sondern diese Auflösung des Tornados, die Abschwächung würde wahrscheinlich Stunden dauern, so wurde das zumindest von Wissenschaftlerinnen in diversen Texten analysiert. Kommen wir zum Fazit. Das Fazit ist zweigeteilt und ambivalent. Denn natürlich kann auch der ganze US-Wahlkampf, wir haben es angesprochen, Oklahoma, republikanische Partei, Abtreibungsverbote, Klimakrise. Natürlich kann der US-Wahlkampf auch noch zu einem Sturm werden. Die Chancen von Kamala Harris sind nicht groß, aber sie sind da. Aktuell sehen Umfragen die republikanische Partei leicht in Führung. Mit Harris kann sich das noch drehen. Das bleibt spannend. Zum Film, ihr merkt, es ist ambivalent. Einige Punkte sind überraschend gut gelungen, andere sowohl filmtechnisch als auch inhaltlich unzureichend. Trotzdem ist Twisters interessanter als geglaubt. Wobei natürlich die politischen Debatten fehlen, ignoriert werden oder sogar verherrlicht werden. Das ist aber alles im Rahmen eines Sommerblockbusters wirklich eigentlich in Ordnung. Schade ist es nur im Hinblick auf die wirklich gute Ausgangssituation, die der Film am Anfang als Fundament legt. Da hätte man mehr draus machen können. Für einen Sommerblockbuster fehlt aber vor allem auch Humor. Also der Film ist eigentlich kein klassischer Blockbuster. Insbesondere in der zweiten Filmhälfte, da dreht er sich ein bisschen um. Da schaut er mehr auf die Figuren. Aber dabei kommt so ein bisschen der Humor abhanden. Währenddessen gibt es ein Übermaß an Tornados. Das wird irgendwann ein bisschen fad und eintönig. Und ja, leider ist der Film politisch nicht rigide genug. Am Ende, und ja auch da kann man den Film wieder durchaus positiv lesen, kümmert er sich mehr um Küchenpsychologie, um Angstbewältigung und um Selbstfindung und findet vor allem aber auch positive Punkte in der Spannung und in der guten Chemie der Darstellerinnen und Darsteller. Insgesamt bleibt ein ambivalenter Film, der aber wirklich der Film zur US-Wahl ist, der uns genau dieses Spannungsfeld, diese Themen hier in der Ausgangssituation darstellt, sie aber später leider nicht verhandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017